Hallo Leute, Maffi hier und wir spielen weiter Final Fantasy 1. Wir sind gestern in diesem Tummel gekommen. Okay. Oh, wer Tiger? Haben wir uns nicht davor geheilt? Ja. Äh. Das waren eh keinen Schaden. Na dann. Das hat jeweils keinen Schaden. Da muss man ganz hochfahren. Da muss es ja langweilen. Auch wenn wir erwiesen. Wächter! Das ist schon was genau. Na ja. Das war's. Aber es ist ja nicht mehr. Wir können GEMO machen. Das ist schon nett. Ich glaube, keine Speed Taste in neuen Dungeons verwenden. Oh, Schimieren. Schimieren haben ein Magier. Das ist aber nicht schnell. Nicht schnell. Willst du den Roboter? Enden gehen. Enden gehen. Das ist für mich. Meine Freunde, sie sind gegangen mit dem Teleportal. Und müsst ihr euch super bringen. Ja, wir haben's auch. Dann macht ihr mal keine Sorgen. So, hier müssen wir das. So, Dingsbums. Ein Lautrache. Ja. Ja. Über den Wolken das Luftschloss. Mit dem Teleportal kann ich es erreichen. Jo. Mach mal. Lups. Luftschloss. Erster Stock. Magie. Fitter Gas. Halt und Eisenbahnhof. Lups. Mit Heldenboot. Futter Kugelot. Mit welchemしIFELt haben wir eigentlich ein 8er号 aus. Die sind nicht zu stark. Giftlinge. Du kannst nicht die Spitze. Auch. Outsch. Ehm nicht zu füllen. Ha. Es gibt halt nicht mal konfliktiv. Es gibt halt nicht mehr. Nein. Nein. Ukiya weite deines Amtes und mach mal ihn. Wir sind fast schon so finzig. Ich hab' die Weißmarke. Okay. Okay, noch mal T. Erst dunkel wird dann so passen. Wir sind ja schon wieder an. Können sie abläufen. Dunkel. Dunkel. Gut, bei denen hab ich keine Ahnung, wie die das machen. Deswegen. Clear. Punkt. Clear hat funktioniert. Momentan, den kam ich. Wie jetzt hat er in meinem Kreis gelaufen? Oder ist er? Nicht. Hallo Dunkel, bitte. Ich dachte, ist da was. Bitte. Ich hab' den Helm bekommen, das hab' ich gesehen. Guck, Tektring. Ist das nicht den, den ich schon so oft habe? Domenidenreif? Tektring. 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 Taktel. 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 Ach, Gegner haben nix zu dachen. Warum nein? Ja ist n Yepoi aber... Nein! Können sie ihn auch fazeiten. Dann. Guckschloss Ebenes Hallo Koibe Taube, Tschüssi Bitte Und Tati Wu Tati Wu Mithril Das Schwachsache Ich glaub, wir sind Rombi doch ein bisschen zu stark. Na, einmal hat's. Einmal hat's. Er ist ein Adept. Cool. Er kann Jins verschwören. Eine Schimäre. Ja, einer. So, mal schnell, um aus dem Raum rauszukommen. Jetzt haben wir hier noch. Adamantik erhalten. Adamantik. War da nicht Ombro so ein Schmied, der das Haar volltammt? Wer war ich heute? Hallo, Schüchel. Aber wieso wirst du eigentlich mal verkündet? Liegt's daran, dass die anderen alle eins dieselbe Stube anbieten? Was soll man denn tun? Ach, hier war der Telefon. Gut, Magie. Ich prob' jetzt mal auf den Glitzer. Guck mal auf den Glitzer. Der ist eigentlich nicht der Schmied. Ähm, okay. Dann probier mal wir mal den Glitzer aus. Schön, so sieht das doch schon aus. Guck mal auf jeden Fall. und die die Seht mal, wir haben jetzt sogar eine ordentliche Karte. Cool. Sehen wir mal die Orte. Im letzten Dungeon sehen wir dann doch mal eine Weltkarte. So, ich esse jetzt was Süßes auf den Shop. Nun wissen wir schon mein Freund, dass wir das an der Plattform auskennen. Ich mach mir das denn schwerer, indem ich vernünftet rumlauche. Geh. Schutzhaut. Geh. Goldnadel. Geh. Nix. Oh, ne Schutzhaut. Cool. Du kannst auch endlich mal was annehmen, das finde ich gut. So, allmählich mehr. Könnt ihr den mal aufernen in dem Masterfuck? Ich merke doch, dass das macht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich schrei nicht mehr. Es geht um Dauer auf die Zeit. Und Söldner. Schuss Söldner. Schuss Söldner. Ähm, Firepoint-Bump. Schuss Söldner. Schuss Söldner. Schuss Söldner. Scheuss Söldner. Schuss Söldner. Schuss Söldner. Schuss Söldner. Wird das beruflich jetzt ungemein? Ich denke mal gibt's Leer und Sandwirt und ein normaler Angriff. Wird ja. Super. Wir sind nun mal die Krieger des Lichtes. Keine Schwächen. Wieso kommen wir uns jetzt nur noch die Gegner an? Sollts vielleicht einfach mal mit dem Sand kreifen. Anstatt dass es genau die selbe effektiv ist. Ah, hier hinten. Warte. Ah, das macht Spaß. Luftschloss eben dafür. So, jetzt könnte man's tatsächlich. Oh, das ist ja. Ich hab' mir gerade einen durchschluss auf. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie müssen irgendwas sagen. Verarscht? Ihr verarscht! So, mein Fieber! Ja, das spüre ich jetzt absichtlich von, weil es gab hier ziemlich viele Wege. Gute Magie, aber du könntest tatsächlich nur wir heilen. Aber es sind zwei. Perfekt. Das dumme ist natürlich, ich weiß jetzt auch nicht so richtig wann ich zwischen Orden bin. Aber es sind zwei. Ich komme auch noch mit denen. Ich komme auch noch mit denen. Feuer, Hüttras! Warte nicht aus dem Feuer, danke. Moment. Wollen wir anlaufen? Gut. Eta. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Ach, wir haben ja die, da. Für dich okay. Speichern. Hör mal mal mit. Todbringer, Kali und Aquadon. Dieselbeutigen nichtsnutzen. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesine es soweit geschafft habt. Was? Ich bin Tiamat Ich bin Tiamat, Chaos des Windes Ich werde das letzte sein, was eure neugierigen Augen sehen werden Das ist weiblich allerdings Hallo Tiamat Da ich gar keine Ahnung gehabt, was ich kann Werden geheilt Ich glaube, du hattest 4.000 Ich glaube, ich glaube Und mach Botera und mach Ich glaube, ich bin wirklich etwas verpowernt, aber nicht etwas Äh, X-Menat Aua X-Menat 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 Weißt du eins, dass du total nützlich bist? Immer so aus Interesse? Wie wird dich das jetzt mal sagen? Wer ja lebt sogar noch Ha! Damit hätte jetzt keiner wirklich Und tschüss Nö, noch nicht Aber jetzt gestoppt Oh Mensch, du hättest mehr Runden durch als deine Freunde Ich bin erstaunt Ich bin erstaunt Ich bin erstaunt Das du noch sehst Oh Gott Uh Hey Was ist denn? Du warst ja so unglaublich stärker als deine anderen Kollegen Ah, ihr habt mich besiegt. So, damit hätten wir jetzt alle vier Höhlen, aber die werden wir erst nach dem Spiel Ende machen, nachdem die ganze Chaos gelegt haben. Was das wirklich schon. Gut, dann würde es mal sagen, wir beenden die Folge hier und sehen uns.